Ich bin Mary Helen Bowers, Schöpferin des Ballet Beautiful Workouts. Wir machen wunderbare Übungen zur Kräftigung der Muskulatur in Armen, Schultern, Bauch und Rücken. Ich liebe dieses Training, weil ich Schwanensee liebe. Die Übungen sind anmutig, aber anstrengend. Man erzielt fantastische Ergebnisse. Dieses Workout ist anspruchsvoll, effektiv und lässt sich überall durchführen. Ich hoffe, es macht euch so viel Spaß wie mir.